Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir den Kabinen zu Hause angekommen, also gerade vor ein paar Sekunden. Gerade so, ich sage euch, gerade so, das Ding ist fast auseinandergefallen und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe doch letztes Mal, bevor wir abgehauen sind, hier oben Aluminium ringeschmissen, weil ich ja gedacht habe, naja, könnte passieren, ist passiert, wird jetzt repariert. Hat nicht funktioniert. Der wollte den Panzernähe reparieren. Also, das müssten ja wohl 25 Kilo, also, das müsste ja wohl funktionieren oder so. Musste ich alles selber machen. Alles selber. Ja, musst du alles selber machen, sonst kommst du nie weiter. Aber das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, ich quatsche, wir haben 19 Uhr und wir stehen kurz vor der Horde und diesmal ist vielleicht eine Giant Horde angesagt. Das wird schön, denn wir haben nichts. Also, wie immer. Ja, nee, 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 so schlimm ist es noch nicht. Aber ich müsste rein theoretisch, müsste ich hier irgendeine Maschinerie hinstellen, die ich noch nicht habe. Ganz einfach. Doch, habe ich doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Er kostet doch bloß hier acht Duraniumwaren. Mache ich doch mit links. Dann ist er doch da. War Sarkasmus. Natürlich kriegt er nicht hin. Sind die denn total plate? Warte mal, ich mache mal einen Motor an den Stecker und dann muss ich mal gucken, ob ich das Duranium zusammenkriege. Gut, dann haben wir da zu stehen. Wir kriegen Besuch. Dann ist aber das Problem des Stroms. Also, das heißt, ich muss mir mindestens noch einen Schalter hinstellen, dass das Ding erst losgehen tut, wenn es losgeht. Weil sonst ist kein Strom mehr. Hallo, ich bin gerade am erklären. Kümmere dich doch um. Für was bist du denn da? Vielleicht sollte ich die erst mal hier hinstellen, ne? Warte mal, Mädel. Da ist eine gute Idee gerade in meinen Kopf drin gekommen. Vielleicht bleibst du mal hier stehen. Ist vielleicht ja nicht so verkehrt. Nun gut. Stelle er sich einen Motor her, einen Stecker und alles andere, was ich noch so gesehen habe und schon wieder verheißen habe. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich hatte da gerade in... in den Kisten. Eigentlich wollte ich ja schon mal ein Zeug einräumen, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass ich so spät hier ankomme. Ich bin froh, wie ich satt... dass ich überhaupt hier angekommen bin. Das ist ja schon mal was. So, warte mal. Ditterin... Ditter, wo ist denn jetzt... Ne, warte mal. Hier war Schmackofatz. Hatte ich doch gerade aufgehabt. So, das haben wir. Und denn da nochmal. Und jetzt kiege ich mal, ob ich den Rest finde. Ja, ist doch gut. Du, ich bin unter Zeitdruck. Ich kann jetzt nicht reagieren. Das geht nicht. Ich muss hier... Ach, hier ist der Kupfer. Ich muss hier Sachen machen, Mädel. Weißt du? Wir haben doch einfach keine Zeiten, Mensch. So, jetzt brauche ich bloß noch den Stecker. Oh, ich brauche... Achso, ich brauche Platz. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann... Zahlen wir mal kurz die Gold hierin. Und dann geht's weiter. Dann brauche ich die ja noch nicht mal auseinandernehmen. Ich habe ja den Kupfer noch ein bisschen hier. Na holla. Ich habe zwar dann keinen Schwarzpülfer oder so. Das müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und wie gesagt, die... Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Links. Aber ich habe jetzt keine Wahl. So. Den haben wir jetzt... Habe ich den jetzt? Ja, habe ich. So. Der ist da. Jetzt brauchen wir den Stecker nur noch. Das sollte ja auch nun nicht das Problem sein. Ja, sollte kein Problem sein. Check. So, und jetzt muss ich Sachen auseinandernehmen, dass ich mir eventuell vielleicht vielleicht aber auch nicht sieht eher aus wie nicht diese Duran... Duranium mache. Hoffentlich kriegst du viele zusammen. Ich... Ich mag jetzt zu bezweifeln, aber man soll ja nicht so pessimistisch sein. Jetzt wollen sie mir so ja... Ne, mein wunderschöner Pessimismus. Hallo? Kopf, du stehst mir im Weg. Ne, dann stehst du mir nicht nur im Weg, dann brauche ich noch eine andere Sache. Also platzmäßig. Ich würde mal sagen... So. Jetzt habe ich es gesagt. Ich muss mal kicken. In der Not frisst der Teufel fliegen. Vielleicht muss ich denn doch Sachen so auseinandernehmen. Also... Von denen es da fast schon gelootet haben, wisst ihr? Da ist es ja. Bei dit wird so nichts. Für Duranium... Erstmal keine Äste und... Jetzt fehlen uns bloß noch drei hier. Ja, wie gesagt. Jetzt fehlt uns das. Dies fehlt uns jetzt. Dies. Erstmal ein bisschen... Dies in... Dies Inventar. Hat sie so, ja. Danke, Mädel. Äh, warte mal. Dann sollte ich es nur groß nehmen, ne? Du bist die Rettung. Du bist die... Einige Rettung hier, die Kabe. Dankeschön. So. Na denn. Dann machen wir mal den Lachs, wa? Na, und wer hat hier zweifelt? Oh. Warte, nu. Nein. Ich habe jetzt nicht das Duranium auseinandergenommen, ne? Ich glaube, ich habe das Duranium auseinandergenommen. Ja, das habe ich getan. Warum habe ich das getan? Hey, das weiß ich doch nicht. Ich habe gedacht, auseinandernehmen und zack, bum bumms. Und dann war es da und jetzt ist es nicht mehr da. Kann doch mal passieren, oder? So ein Schmarrn. Es war doch klar, dass es passiert. Als ob ich irgendwann mal eine Kähnekacke angestellt habe. So. Und wir wissen ja immer, wenn ich sowas mache, dann muss ich über mich hinauswachsen und das mache ich. Mit meiner Axt. Wollen wir uns jetzt mal den Stuff... Ach, gib mal, wir sind jetzt bei 20... Ich muss zwar noch Munition für die anderen Konsorten produzieren. Und mein Inventar ist natürlich immer wieder voll. Hey, das ist so ja Holz. Das ist ja das, was ich wollte. Oh, du Baum. Kann ich dich vertra... Äh, vertra... Nee, nee, kannst du nicht. So, warte mal. Ich werde mir das jetzt rinzimmern. Weil das ist nämlich sowas, was ich verliere. Genau. Und sowas. Kann ich aber nicht mehr einsammeln, weil ich keinen Platz habe. Weißen, das ist ja. Äh, Papier weg, Knochen... Äh, die Knochen kann ich nicht wegmachen. Krieg einen Schlag in die Nicke. Nein, nicht die Blätter aufsammeln. Hat er doch nicht, oder? Doch, hat er. Hat er. Wie jetzt? Ich hab doch grad... Also ich bin der Meinung, dass ich... Vielleicht ja doch nicht. Aber jetzt, ja. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich die weggeschmissen hab. Spiel. Ist doch gut. Was ist denn hier los? Es schläft nur. Warum schläft es hier? Ey! Mach weg! Betteln, hauen, siehen, verboten. Oh. Oh. Ist ja alles kaputt hier. Oh, ich muss das Ding noch umparken, wa? Mein Gott, wir haben 20 Uhr. Mach mal hin. Oh. Alter, das Regen bei mir. Na ja, zum Glück ist es Regen. Früher war es Schnee. Alter, der Winter ist da. Das hat bei mir geschneit. Und ich musste in die Stadt und es war Regenschnee. Na, so ein... Ich möchte es nicht weiter ausführen. Sag mal so, es ist nicht positiv. Ich war klitschernass. Und ich hatte so ja extra so eine Winter-Dingsjacke angehabt. Und so ja, die war nass. Obwohl die für so ein Wetter ist. Gut, ich war innen trocken, aber im Teil, die war... Die war mindestens eine Tonne schwerer, war die. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich mich so richtig schön gefreut. Oh, ich... Und dann, wo ich zurückkam, dann so... Na ja. Ist halt Winter, ne? Witze machen. So, jetzt haben wir den Lichtmüssen verspätet, aber wir haben es. So. Äh... Ja. Passt. Bucket hat Luft. So, das stelle ich jetzt hier oben hin. Wegen Überblick. Ähm... Es könnte aber Probleme geben. Ach, du Kacke. Aber es ist eben Teilübersicht und so, ne? Ja, ich weiß, ich soll... Wie jetzt? Wat fehlt denn nun? Dit hab ik, dit hab ik. Nägel haste nicht. Wieder runter. Keine Panik, ich kenn den Weg. Wie gesagt, dit ding hier hin, wa? Ist dit nie so weit und wie gesagt, kann ich so oft daneben schießen. Weil, ich glaub nicht, dass ich mir so viel Munition leisten kann. Kann ich nicht. Geht nicht. Jetzt. Jut, der dürfte aber trotzdem reichen, oder? Bitte lasset reichen, bitte. Verdammt. Du willst mich verrumpen. Drei Nägel, oder wat? Wo hast du wohl ne alles Spiel? Was soll das? Danke. Bist schon wieder meine Rettung. Also, irgendwie mauserst du dich. Zu Retterin. Zu Retterin der Welle. Aber das reicht. Ja, mach mal keine Welle und bedroh mich nicht, ja? Darauf steh ich überhaupt nicht. So. Also, ich werd das Ding jetzt erstmal hier bloß hier hinknallern. Ander Seite. Haben wir zwar Probleme, um durchzukommen, aber das muss reichen. So, und dann brauche ich, weil ich mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr bauen kann, weil ich hab das ja alles verarbeitet. Ich brauch nämlich sowas noch. Ich muss ja irgendwo noch einen Schalter ranbauen. Ach man, das ist alles. Verflickst und zu ihn nicht. Nee, du kannst oben... Ach so, du kannst ja so oder so nicht weg. Du musst das Ding auch umpacken. Ja, die laufen da lang und dann machen sie Bums und dann machen sie Aua. Ach so, machen sie kaputt. Nee, kapotten die. Oh, hier ist auch noch immer drinne. Und hier sind die ganzen Bücher drinne. Da wollte ich eigentlich auch nochmal rinschauen. Schönen guten Tag. Hat funktioniert. Nicht. So. Sag mal, ich hätte doch jetzt zwei Zentimeter hochlaufen können und mein Inventar ein bisschen leerer machen können, wa? Ich hätte doch ein bisschen mehr mitsammeln können, wa? Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte der Hund nicht hier Aart, hätte er einen Hasen angefangen. Konform. Ist aber den ganzen Tag schon so. Naja, Herbst, Winter wird da... Naja, ist... Ist auch November, was hast du erwartet? Sonnenschein, Palmen und Pina Colada oder... äh... Colada... Oder so? Eher nicht. Aber es, äh... 2 Grad draußen. Ist jetzt noch nicht so, dass... Reif oder Frost oder so draußen ist. Aber ich guck mal, das war kurz davor. So kurz davor. So, jetzt stellen wir das hin. Dann müssen wir hier einen Schalter bauen. Wenn ich hier einen Schalter habe, kann ich das da oben ran dingelzen. Und von da aus kann ich das dann... an das Gerät an dingelzen. Voll das Ding jetzt denn hier. Leider mit den Schokern wird dann erstmal nuscht. Alter, 21 Uhr. Ich habe keine Munition noch nicht produziert. Ich muss dann nochmal los. Aha! Tolle Ding. So, was mache ich denn jetzt hier? Hä? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte da gucken. So, 2 Bretter, eh ne... äh... Eine Latte, Mensch! Oh. Gut. Moins. Sie treibt mir nur zur Arbeit hier an, wisst ihr? Also... Die denkt sich so... Ach, wie ist das sonst? Kriegt das nicht hin. So, antackern. Check. Äh... Bitte 8. Check. Aufwerten. Check. Oh, wenigstens hat das funktioniert. So, ähm... Stecker. Stecker brauche ich... elektronischerweise... Da ist das Ding. Ich brauche bloß hier so einen Druckknopf. Und rein theoretisch dürfte das nicht sofort durchballern, weil das ist ja kein... Ihr wisst schon. Genau. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ah, sie ist ja da. Ja, gut. Hätte man sie auch einfach machen können, wa? Ich habe ja hier nur 1, 2 Sachen. Hätte man ja auch so hier, wisst ihr so. Ich habe jetzt nicht alle clean gemacht, oder? Hallo? Ach so. Wähle aus, was du kaputt machen willst. Mach ich. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wo ist denn das jetzt? Ach so, hier. Das muss ich wiederum kaputt machen. Und das muss ich dann wiederum kaputt machen. Und dann könnten wir... nichts herstellen. Sonst eher ja. Das war knapp. Das war knapp. Ich wollte daraus Nähe machen. Ich weiß nicht, wieso. Es war einfach da. So, drehen, drehen, drehen. Ja. Weiß nicht, ob ich... Wie gesagt, rein theoretisch müsste ich das Ding ruf werden. Rein aus Theorie, wie weiß ich. Ja. Weißt du, was mache ich auch? Shit drauf. Ich muss... Für Munition brauche ich doch nur ein bisschen Holz. Eisen brauche ich nicht. Platten habe ich ja genug. Kann ich denn machen? Naja, warum denn nicht? Aber dann habe ich wenigstens das erst... Moment, Moment, Moment. Wenn du jetzt nochmal rennen tust, kriegst du eine Schelle. Ist doch gut. Ich habe da dran gedacht. Nun seid doch mal nicht so. Kann doch mal passieren, oder? Doch, treibt es nicht so weit? Mehr oder weniger. Ah, siehst du, jetzt habe ich auch den Knochen rausgenommen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr rausnehmen können, aber ich mache halt nach und nach. Obwohl. Ist doch gut, Mann. Ich mache das doch schon. Ich will... Ach nee, kann ich nicht raus... Haha. Pfff. Kann ich gerne rausnehmen. Darf ich gar nicht. Ich muss das ja auseinandernehmen, sonst kann ich das nämlich nicht auseinandernehmen. Gibt nämlich sonst nicht. Haha. Seht ihr? Muss ich doch nochmal runterkommen. Ich habe alles richtig gemacht. Genauso wie es sein muss. Jetzt habe ich es. So. Äh, die acht. Geste? Alles, so wie es sein soll. So. Sieht nämlich hier ran vorbei. Die sieben, bitte. Ja, ist doch gut. Ich mache mir nie so einen Druck. Die mache ich mir schon alleine. Sie hat nichts gesagt, aber... Erstmal meckern. So, jetzt geht da ran. Wenn die da ran und dann ganz zum Schluss, wenn das dann da ist, dann mache ich auch da. So. Und jetzt machen wir zwei, drei Raketen und dann ist es gut. Dazu brauche ich aber erstmal Kohle. Na ja, gut. Bisse ist besser als... Äh, Bisse ist besser... Äh. Ein wenig ist besser als gar nichts. So. Wo ich eigentlich Raketen machen könnte ohne Ende, wa? Naja, gut. Nicht ohne Ende, aber... Und so eins wie mehr. Nee. Wieso eigentlich nicht? Hier ist es nicht. Da sind die Bumsen. Nee, das ist hinten, ne? Da sind mich durch. Ich habe keine Zeit. Ich verplemper sie lieber. Das ist das, was ich kann. Mach ich auch. So. Achso. Ach, Benzin. Ja, warum denn nicht? Hab ich doch. Haben wir doch gesammelt. Siehst du, alles ja, kein Problem. Oh. Ach, übrigens, wenn wir die Horde überleben sollten. Oh, oh. Und der Panzer auch. Dann müssen wir den, wie gesagt, auch noch aufwerten. Ha. So, jetzt habe ich auch dran gedacht. Das sind ja nicht so wenig. Also für ihn oder zwei Giants sollte das reichen, so ja, wa? Oh, oh, oh. Oder was sagt ihr? Die kann jetzt nur hier so? Muss ich ja so oder so? Mach ich... Ey, das mach ich gleich. Mach ich gleich. Ich tu das. Sorry. Bin ein bisschen nervös. Jetzt liegt das mir... an Kupfer. Das kann ich auch. Nee, das kannst du nicht, weil du das ausgepackt hast. Ja, und wer ist dran schuld? Ich. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und wie gesagt, ich könnte so ja noch ein bisschen mehr. Aber jetzt kommt erst mal der andere Rest dran. Ich brauche jetzt mal Holz. Und das besorgen wir uns ganz schnell. Ich knallere hier ein bisschen rum. Dann müssen wir später nochmal in den Stadter hin. Also wenn wir das überleben. 28 Raketen, das reicht 300 Mal. Naja, vielleicht nicht 300 Mal, aber... So, eins wie immer reicht das schon. So. Wo ist denn das Knatterding hin? Hat jemand mein Knatterding gesehen? Hast du mein Knatterding? Ist doch gut, Mann. Ich wollte bloß kicken, ob du ein Knatterding hast. Wo ist zum Verlix sein? Keine Ahnung. Ich wollte einfach der andere sagen, aber... Das hat sich in der Zwischenzeit geileile sterbt. Äh, Knatterding. Hier ist kein Knatterding. Das ist eine originale Bezeichnung für so ein... Für so eine Serie. So eine Kettensähe. Wissen? Das ist ein Knatterding. Weil die knallert sich was zusammen, das sag ich euch. Jetzt geht schon wieder nicht. Hab ich jetzt hier drin geschmissen? Da ist mein Knatterding. Das sieht aus wie ein Knatterding. So, reden's. So, dann kann ich jetzt erstmal schon mal ein bisschen Platz machen. Äh, bei dem ganzen Holz, was ich jetzt einsammeln werde, das wird furchtbar. So, nee, das passt nicht. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. So. Na denn. Jetzt wird sich mal in den Kräfte abgeknallert. Und dann, äh, Bolzen verteilen und dann ist sie gut. Mal, wie viele Bolzen sind hier überhaupt noch drinne. Ist hier überhaupt noch was vorhanden? Reicht doch. 61 Stück. Also so ein, zwei Horden nehmen wir schon mit. Also ein Traum. Das kann da erstmal rein. Na gut, müsste ich eigentlich halt mal so rausnehmen, wa? So eine Sachen. Außer die Kohle müsste die dann vorne reinpacken. Aber ich glaube, ich hab... Das ist so ein Ding, was ich jetzt unbedingt nicht machen sollte. Na, hier sind ja auch Bücher drinne. Alles Kreuz und Rüben. Hab ich nicht noch vor fünf Sekunden gesagt, das sollte ich nicht tun? Jetzt mach ich das schon wieder. Ja, tut's schon wieder. Später. Machen wir später. Ich muss erstmal nach vorne gehen. Ich muss mir was zum Essen machen. Ich sehe nämlich gerade, wie mein Leben den Körper verlässt. Wegen Nahrungsmangel. Das wird ja nicht besser. Das wird ja immer weniger. So, ähm, ihr röstet... Kann ich nicht, weil uns da fehlt... uns alles... Da sind die Getränke, wo ich dann irgendwann mal hin muss. Aber dazu muss ich dann erstmal den Boss platt machen, dass ich mir den Schrauber bauen kann, dass ich die der hinten aufwerden kann. Schönen Tag. Lobig. Ja, ja, ich esse doch gleich. Bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Brauche ich doch nicht. Kann ich ja doch schon machen. Also heißt es demnächst hier diese Subas machen. Ne, erstmal den Dünger und dann die... 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 Super, 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 Tätere. Können Sie ja machen. Sechs Stück. Die Horde beginnt gleich, Karbin. Ja, ich weiß. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Aber ich muss erstmal hier... äh, Sachen machen. Gucken. Sachen machen, gucken. Äh, Tee. So wie gesagt, jetzt bräuchte ich dann bloß noch die Blätter, aber die habe ich jetzt nicht, weil ich die alle ausheben habe. Na gut, dann können wir jetzt dazu Horde. Ich muss das Raketen-Ding nur ausschalten. Ich habe es ja nur angeklemmt. Das bedeutet, das Ding ist an. Sag ich doch. Alle sind schon passiert, Spiele. Du bist zu spät. Ah. Und... Ich wollte gerade sagen... Ach, jetzt reparierst du, oder wat? Du Dreck, ja, du. War ein Bug gewesen vorhin, oder wat? Ich hatte es drinne gehabt, aber der hat es nicht repariert. Na, sowas aber auch. Du bist ja ein Flitschen. Hehehe. Sorry. Äh. Das ist mir rausgerutsch, ist mein Humor. Ich darf meine Maschinen so benennen, wie ich es will, ja? Ich lasse mich mal eh mal mitführen. Fum. Nein, das funktioniert nicht. Die Aussicht... ist der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich wollte irgendwann mal den Strom da oben ausbauen. Aber erstmal muss ich den ganzen Stuff zusammenkriegen. Was ich haben will. Erst wenn ich das habe, kann ich dann anfangen umzubauen. Ich muss mich erst auf eine Sache konzentrieren. Erst das eine, wenn das andere. Sag mal, will ich... Ah, nee, doch, ich habe ja 100 Novat. Ist doch gut, ich kann mir jetzt ruhig. Weil... Ja, 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 ich bin schon auf... Äh... So, jetzt kannst du... Bitte sei vorsichtig. Ich habe noch nicht mehr so viele. Also, ich sollte auch mal, wie gesagt, was wissen wir. Dafür sind ja da. Na, je, doch. Hey, 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 hey. Also, ich habe ja nichts mehr. Warte, 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 warte. Weiter. Ein Hopperu. Kümmere dich drum. Es hoppste. Äh, hüpfte. Hüpfte. Also, wie ist schon mal die Pläne. Kann ich jetzt mal? Hier, ich muss ja auch... Ich habe ja jetzt alles weitergereicht. Also, kann ich nicht. Na gut, aber ich habe ja hier noch ein bisschen was. Ha! Hab ja gedacht, wa? Nee, hab ich ja vorhin gesagt. Ach, und muss dann später was um... Also, muss ich noch ein paar Sachen looten und machen. Die Dinger sind nicht ganz schön laut. Weiß nicht, ob das so gut ist. Na? Danke. Ich sehe... Du sorgst wieder für mich. Ey, vielleicht kriegen wir ja auch mal eben bei mir hier so... Ich darf hier, bis da so ein bisschen... Ich sage, wenn du siehst, wird ja noch da raus sortieren. Gibt da hinten drin, na, schau mal. Ihr sagt, der Jane müsste ja heute schnell platzeln. Bitte lasst die einen schnell platzeln. Wahrscheinlich tun wir heute zwei. Oder so ja drei. Eigentlich sind wir normalerweise zwei, aber... Da wir das ja sind, dürfen wir aus den Fäulen schöpfen. Oh, Alter, da ist ein Paket. Kriegt das so? Normalerweise nicht, ne? Doch, ich habe sie gekriegt. Das ist mein Liebes. Ich darf es behalten. Wer findet das? Kann ich das nochmal abgeben? Alter, ich kriege hier eine Steinachst. Stufe 1. Naja, hoffsame, man kann drinschmeißen. Denn die sind nicht nur rein. Pass mal auf die... Ah, ne, auf den Spiel. Ja. Konzentrieren. In der Sache. Ja, wie gesagt, da sind die normalen Leuchttiecher. Die sind noch nicht so schlimm. Na? Die ist richtig. Warte mal, ich halte den so ja für dich an. Ignoriert sie. Jetzt? Ja. Also das heißt, ich muss an und sie macht dann den Rest oder was? Oder ich mach das komplett. Also weder Rest noch... Mamma mia. Mamma mia. Versuch. Ne, 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 ne. Oh, präsente. Und die präsentiert. Bike haben. Scheine so. Vielleicht sollte ich noch nie so rumballern. Ey, die Lampe, die ist kein Gegner und so, ne. Also wahrscheinlich ist, sollte ich hier unten... Was den Fußbereich annehmen tut, kann ich nicht drin stellen. Scheint ihr zu verwöhnen oder sie ist geblendet. Beiden Boden ist mir noch nichts eingefallen. Warum die... Man, Leute, die ist das doch nicht. Sie macht einfach Sachen. Sie macht das, keine Ahnung. Ich blieb diesen Engel, äh, Stiogent und so. Ein und raus. Rein. Und der hat voll Spaß mit dir. Ah, der nächste. Und nächste, und nächste, und nächste. Ey, wie ihr sagt, ich hab hier das Problem. Ich will ständig meine Füße ausstrecken. Kann ich aber nicht machen. Kabellage. Ich muss jedermal ganz vorsichtig so an... Wie eine Schlange an die Kabellage vorbei bei mir. Jedermal reiß ich hier... Wenn ich hier draufstehe, besteht die Möglichkeit, dass ich hier die Lampe umreiße. Weil ich den einfach ignoriere. Das ist schon jetzt in letzter Zeit so oft passiert. Stehst du für den Kaffee holen, einer zack, wo du mit dem Arsch reißt die Lampe um. Ah, ja. Jeder Mensch hat seine Last, aber... Ja, komm. Lass den nochmal vorbei. Ja, lass den nochmal. Ich will doch auch mal. Siehste. Ich hab's mir verdient. So, heute ist vorbei. Sie konnte mal wieder nichts. Bleck mal ganz clean laut. Hallo. Hör doch mal auf. Ben und treff doch mal richtig. Sonst nimm ich dir... ...Zeug weg. Ich glaube, die zieht die ganze Zeit auf mich. Alter, die ist doof, ist die. Die, die, die... Wie ihr sagt, für ihr existieren wahrscheinlich die Falken gar nicht. Die sind einfach nicht da, sind die. Und deswegen versucht sie ständig hier durchzuschießen. Und trifft nichts. Vielleicht trifft sie mich mal oder so. Fahrzeug mit dem machen, mutschen. Ich lief es nicht. Schnabel. Verwürst du nur. Jetzt kommt sie da lang. Wer zieht das wohl an? Ah, jetzt geht's mal vielleicht. Vielleicht sollte ich erst mal lachen. Ich kipp mir das mal von oben an. Schein, äh, lustig zu sein. Die ist aufwierig, die ist sauer. Hey, ich muss mich nach und voran anfangen. Hey, 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 hey. Wer schießt hier? Wer schießt, wird erschossen. Das ist ja gewesen. Ich hab dich hier sehen. Wohin kommt's. Also ich versuch's, den wir als wo bist. Wo bist denn du? Hä? Ich muss ja ein Kumpel, äh, die Beliemen oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht, was das ist. Und die enthalten. Ich hab jetzt doch schon ein Kissen unter meinen Arsch mitgenommen. Ich hätte nicht gemacht. Ich muss mir die Wissen schon bezüge kaufen, mein Lederblätter, die ich hab. Aber wie? War richtig schockiert. Schockiert. Ich hatte nie so auf dem Schirm gehabt. Wie alt ist das Ding? Zwei, drei Jahre oder so? Vielleicht zwei, drei oder vier Jahre. Ah, da kann sowas schon mal passieren. Ja, das ist okay. Ist okay. Oh, ich bin zu klein. Wollte grad sagen, kann ich da vielleicht rufstehen? Nee. Also erstmal nicht. Vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf. Ah, siehste. Wir machen jetzt das Ding an. Ich muss mal auf alt umspringen. Oh, Alter. Ich werd mich hier rufstellen und dann werd ich erstmal eine schöne Rauchfahrgiftung kriegen, weil ich hier draufstehen werde. Wenn der Giant ankommt. Das heißt, ich muss das anschalten und dann gleich rufspringen. Das wären die besten Bilder heute. Kannst du mal bitte um ein Uhr umstellen, weil ich möchte das endlich haben. Und das hat funktioniert. Kann ja sein, dass ich schon wieder mit dem Fuß an den Kamera herangekommen bin. Du, ich baue es mir durch. Ah, da ist wohl eh nah. Doch, zwei Zentimeter. Ach, ich hab gedacht, das ist durchgekommen. Nee, der schießt hier hinten. Der schießt hier hinten. Und ich schießt daneben. Naja, juhu. Scheiter! Drücken! Äh, nein. Nicht ausrichten. Noch nicht. So, jetzt kannst du. Zeig mir deinen Wumms. Wir müssen ja. Nein! Äh, das ist doof. Äh. Ich hab da vielleicht ne Klinigkeit vergessen. Ne, aus der Ding. Vielleicht hab ich den Radar vergessen. Für die Kontrolle. Vielleicht. Wie konnte ich das vergessen? Das ist natürlich wichtig. Das ist der wichtigste Gerät. Äh, der muss ich das anschalten, sobald er da ist. Und muss den erstmal ranlassen. Alter, verdammt. Können daneben schießen. Das krieg hin. Ich seh' aber noch keinen Giant. Naja, hör mal auf hier. Ich muss mich konzentrieren. Da ist nichts. Bis jetzt seh' ich noch nichts Großes. Wir haben 14 Uhr. Wir wissen, eigentlich muss er da zeigen. Aber der weiß nicht. Wahrscheinlich kommt er nicht. Vielleicht kann er nicht. Ah, der könnte doch sonst immer. Versuchen wir mal einen kleinen kompletten Umblick zu machen. Da seh' ich nichts. Da ist auch nichts. Okay, Mann. Aus den Bergen. Er ist doch da. Ich hab' den nie gesehen. Ich hab' den noch nie gesehen. Der ist einfach da. Warte, warte, warte. Riese, warte doch mal. Ich hab' dich doch nicht gesehen. Ich wollte dich nicht. Warten sie so an. Ja, jetzt ja. Ein bisschen entschleunigen die Lüte. Zu spät. Nein, bis wir da zu langsam. Also, ich geh' hoch, aber. Ich hab' den nicht gesehen. Wo kam der denn an? Tolle Unterstützung, bist du. Ja, ich wollte euch nur zeigen, dass wir die nächste in dem Teil noch eine Satelliten-Antenne da oben hochklein werden müssen. Tun und Tieten. Aha. Das hab' ich euch vorenthalten. Hups. Und dass ich auch brennen kann. Seht und lernt aus meinen Fehlern. Oh. Na ja. Trotzdem können sie nicht. Hey, ich wollte ein Appel essen. Ein schön Appel. Könnte ich eigentlich jetzt auch im Real-Teil, irgendwie. Dabei, ich habe ich habe Würgen hier. Also, bei mir. Würgen, äh, Datteln. Datteln hab' ich nicht mehr. So schön. Mein Zuckerersatz. Gut, ich bin eigentlich schon eine ganz Weile von Zucker weg. Aber ab und zu braucht, aber süßig. Ja, ja. Alter, ich bin so, ja, um mir stehen, katholmäßig mit Honig. Weil ich immer sage, der Gewohnung funktioniert. Wesser als ich gedacht hab. Der funktioniert so, dass ich heute heißen hab, bei den Entfufen Honig zu rufen. Wow. Das funktioniert ja genau. Kaffee mit Datteln? Nee. Ein bisschen Honig hab ich ja noch. Ist das der letzte, oder was? Ein Stück hier rüber. Hab dich. Okay. Okay. Also, ich lobe, da ist irgendwas verkehrt. Und jetzt nochmal. Der wollte ich nicht nachladen. Er hat schon wieder hier rumgeswitcht, hier, um andere Sachen zu machen. Ja, du, ich hab eine Kontrolle. Ein bisschen später. Aber ich hab's. Ja, komm. Zeig mir, was du kannst. Das ist nicht viel. Ja, zwei. Jetzt nicht mehr. Ah, da kommen immer noch welche. Hey, hey. Er wollte meinen Dick ankotzen. Mein Panzer. Der hat's wohl nicht alle. Hi, hi. Ein bisschen Trottel. Schnell, da war immer noch nie alle zu gewesen zu sein, was? Na, guck mal, was. Ich hab eigentlich gedacht, dass jetzt schon die Endspurt war. Wann, da hast du keine Pfeile mehr, oder was? Ey, sag jetzt nicht, du hast 100, aber was Beutzen verballert. Die hat 100 Beutzen verballert. Du kriegst nicht mehr von mir. Ich sag ich dir. Alter, das ist mir normal mit der alten. Muss mal gesagt werden. Ich glaube, das ist das letzte. Hochbäumen. Hochbäumen. Weiße Armee. So, nicht. Wittgen, wo jetzt noch? Hoch. Entschuldigung. ich habe die horde ist vorbei habe ich schon mal gesagt dass meine nächsten welle in der munitionsorte weniger herstellen müssen nur mal so nebenbei abgeklärt bitteschön mal kurz hier aus für die 23 handelser bräuchte mich vielleicht da doch oder vielleicht auch nicht war ja einfach ja ja bis auf das mit den satelliten wie konnte ich das vergessen vor allen dingen wo kam der denn her ist hier will er irgendwo ein fahrstuhl ist der hat er irgendwie so bin da ich hab da extra ich hab da runter geht die kaputt gesehen ich hab da lang gesehen da war keiner und dann hier und dann bin ich doch erst hochgelaufen der kann doch nicht innerhalb von 20 sekunden von da unten bis hier hoch rennen das finde ich ein bisschen übertrieben scheint wohl ein speedy gewesen zu sein oder so keine ahnung merkwürdig ich glaube die verarschen mich hier immer noch wenig präsente zu präsentieren na gut leute das ist ja ja nicht so schlecht gelaufen wie gesagt wir müssen jetzt erst mal das ding da oben hinstellen da müssen wir das tier erst mal aussortieren und dann jetzt wieder zurück zack bums äh looten nachdem ich jetzt denn eben die tvs etwas bei den baue also der perma obwohl wir haben jetzt erst mal wieder ein bisschen zeit da diese tienet müssen wir neu bauen naja also leute wenn es euch gefallen hat däumchen träumchen nicht weisen abonniert den kanal schneidet morgen wieder mit ein und macht euch einen schönen tag schönen tag ich bin raus in Tschüss.